So Freunde, willkommen zur Event-Beschwörung und zum Event-Talk der Opernhelden. Wir sind mittendrin im Wahnsinns-Tanz. Wir haben alle tanzen, ne? Ich glaube, jeder kann tanzen. Tanz des kleinen Schwanz. Ballade der Anziehung. Tanz des Reiers. Tanz des Schwanz. Ja, sie tanzt nicht. Ja, okay. So sieht sie auch aus. So, sie tanzt. Ballade der Leidenschaft. Er tanzt auch nicht. Er tut so, als wollte er, aber dafür tanzt er über Ballade der Besessenheit. Genau, und dann sind wir bei den drei neuen Fünf-Sterne-Helden. Jo, alle auch vorgestellt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Man kann schon mal sagen, von den Alten würde ich tatsächlich... Also, sie habe ich ja, ihn habe ich. Prinz Siegfried ist tatsächlich echt ein mieser Drecksack. Ja, ganz ehrlich, der ist extrem gut tatsächlich. Also, wenn der auslöst, dann ist das extrem gefährlich. Wirklich extrem gefährlich. Und mit einem Limit Break 2 ist die Wahrscheinlichkeit, wenn er vorne steht als Tank, hoch, dass er auslöst. Weil er halt so widerstandsfähig ist. Habe ich am Anfang echt unterschätzt, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ein paar Mal gegen den gespielt und ich hatte eigentlich durchweg Probleme. Also, kann man mal vielleicht als Geheimtipp. Odette finde ich immer noch irgendwie cool. Also, ich weiß nicht. Über die würde ich mich immer noch freuen. Madame Giri, da weiß ich sogar gar nicht mehr, was die macht. Schaden, also es ist langsam. Also, ja gut, eher Rush nur. Okay, von mir aus. Ähm, Christine, ja, habe ich ja. Er wäre ganz cool, tatsächlich. Also, ich habe immer gedacht, das wäre plus 10%. Aber ich habe mich dann immer verguckt, weil Stapel 10. Ne? 20%, das ist natürlich massiv. Vor allem, weil es halt dauerhaft ist. Ne? Also, außer Equalizer jetzt. Aber wenn ein sehr schneller, ein sehr schneller kann halt schnell auslösen. Ähm, wenn der zweimal auslöst, hast du halt dauerhaft 40% Angriff und 40% Verteidigung. Was, ähm, jetzt nicht zu unterschätzen ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, also auch hier eigentlich ein ziemlich guter Held. Phantom bin ich eigentlich auch immer noch ein Freund von. Also, man sieht schon, die alten Opernhelden, die sind auch gar nicht so schlecht. Aber wir sind jetzt hier für die Neuen. Und, ähm, da ist es ja sogar egal, wen wir hier an... Wir haben sie ja alle hier vorne. Fangen wir mal mit McGeery an. Ähm, ich habe mich jetzt nicht irgendwie mit, äh, historischen Daten, äh, befasst. Wer da irgendwie was, äh, mit wem zu tun hat. McGeery, würde ich jetzt mal vermuten, hat hier auch was mit, äh, mit ihr hier zu tun. Ich bin absolut da nicht in der Materie. Ne? Also, deswegen, ähm, Geschichtsstunde fällt heute aus. So, ähm, wir gucken nur auf die nackten Fakten. Ähm, Opernfamilie. 1, 2, 3, 15, 15% Angriff, Verteidigung, Lebenspunkte. Okay. Das ist erstmal eine schöne Sache. Das heißt, wenn wir zwei Helden haben, haben wir automatisch 10% Angriff, Verteidigung und Lebenspunkte mehr. Gut. Ähm, erste Passiv. Angriffsverschlechterung. Guck mal, ey, ey, die haben den Bindestrich gemacht. Oh, ja, sie haben, sie haben tatsächlich den Bindestrich gemacht. Das habe ich vor einigen Monaten, äh, das ist aber neu, ne? Das habe ich vor einigen Monaten bemängelt. Ja, das war nämlich wegen, ähm, da haben sie das nämlich getrennt bei, bei, ähm, ich glaube, bei Rungen. Angriffsverschlechterung oder da war irgendwas anderes und dann hatten sie Rungen in die andere Zeile gemacht und ich habe getrollt und habe gesagt, was sind denn Rungen? So, und dann, dann ging es dann los, ja, da fehlt der, der, der Bindestrich und was auch immer und so, ne? Ich weiß, viele werden sich daran erinnern. Ah, ja, jetzt haben sie es ganz bescheuert gemacht. Jetzt hat der Bindestrich eine eigene Zeile gekriegt. Okay, also wir haben Angriffsverschlechterung. Das ergibt sich aber diesmal Sinn. Angriffsverschlechterung verringern. Also, eher N hätten sie jetzt einfach wegmachen können und den Bindestrich. Das wäre alles egal gewesen. Wäre ich zufrieden mit gewesen. Aber so sieht es optisch nicht gelungen aus. Aber es ist ein Fortschritt. Ja, wir haben jetzt den Bindestrich. Das ist schon mal gut. Der nächste Schritt ist jetzt, das irgendwie ein bisschen, ähm, besser optisch aussehen zu lassen. Aber, aber das, das ist, ja, und dann geht's ja. Jetzt ist es wenigstens, ähm, schön. So, der Charakter hat die angeborene Fähigkeit, negativen Statusänderungen zu widerstehen, die den Angriff beeinträchtigen. Attackdown. Ja, ganz einfach. Also, ähm, kann, man kann nicht ihren Angriff runtersetzen. Und dann dieser Charakter hat 10% leben, wenn eine negative Statusänderung abläuft oder gereinigt, entfernt oder verschoben wird. Dieser Effekt kann nur einmal pro Runde aktiviert werden. Ja, weil, witzigerweise, ist dann ja, gut, das ist natürlich so, wenn jetzt, ähm, in dem Fall mehrere Statusänderungen auf einen drauf sind, ne? Dann, äh, dann, äh, ist das aber nur einmal pro Runde. Also sagen wir jetzt einfach mal, Gift und Brand laufen gleichzeitig aus. Dann wird's nur einmal 10% geben. So. Wenn aber jetzt Brand ausläuft, äh, ausläuft, gibt's 10% Leben. Und wenn zwei Runden später, ähm, Gift ausläuft, dann gibt's da auch nochmal 10% Leben. Das ist, das macht das Phantom auch. Ach, jetzt sind wir ganz weit hinten. Wollte ich einmal mit meinem Halbwissen angeben. Ja, komm, spart dir die Trainerhelden. Aha, wieso? Er macht das nämlich auch. Und die anderen das auch alle. Wenn die das alle machen, dann war das jetzt, äh, lame. Scheiße, sie machen. Ne, 5%. Haha, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ich meine nur 5% Leben. So. Okay. Äh, bevor ich mich da tiefer rein manövriere. Äh, Verteidigung verstärkt. Ist, vom Prinzip her, äh, da, ist, ist okay als Einverfähigkeit. Ja, ist, ist in Ordnung. So, trügerischers, trügerischer Smalltalk. Okay, okay. Also, wenn sie dir ins Ohr, ins Ohr flüstert. Ähm, ein mittleres Mana. Wenn wir jetzt schon sehen, also von den Werten her sehen wir, das ist eher so ein bisschen defensiv ausgelegt, als offensiv, wobei die Werte natürlich so oder so stark sind. Heilt alle Verbündeten um 60%. Ähm, viele der Heiler, die wir haben, sind Mittel. Ja, wir reden jetzt ja nicht von Milena oder sowas, sondern so von den Klassikern Ariel. Äh, von mir aus auch die, die krass heilen. Suri oder Hetepheris oder, ähm, ein Kleopatra zum Beispiel. Ne, das sind ja so die, die richtig reinballern, was die Heilung angeht. Und auch ein paar andere, aber die fallen mir jetzt gerade so spontan ein. Ja. Ähm, die sind ja auch alle Mittel. Ähm, Glaube, macht, macht, ähm, Kleopatra nicht auch so viel. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich weiß, dass irgendeiner auch, auch richtig viel halt. Ich glaube, es ist Kleopatra. Bin mir jetzt nicht sicher. Reinigt das letzte Statuslein von allen Verbündeten und gibt es an ein zufälliges Ziel im gegnerischen Team ab. Das ist natürlich eine ganz nette Sache. Sprich, ähm, ich nehme immer mein Beispiel gegnerische Aradia oder manchmal auch eigene Aradia, ne? Aber gegnerische Aradia, äh, hat jetzt gefeuert und, ähm, wir haben jetzt Mac Eerie am Start. So, wir lösen sie aus. Sie halt erstmal um 60% und reinigt das letzte Statuslein. Das heißt, wenn Aradia die Runde davor ausgelöst hat, dass der letzte Effekt ist, der reingekommen ist, dann würden wir, also alle Verbündeten, das an ein zufälliges Ziel zurückwerfen. Also alle 5 Brandeffekte, wenn sich alle gesetzt haben, die werden zurückgeworfen. Da kann es natürlich sein, das heißt jetzt nicht, dass dann, äh, auch alle, alle Gegner brennen, sondern es kann sein, dass, äh, zwei meiner Helden auf einen und denselben Held, Helden beim Gegner das zurückwerfen. So, dann kriegt er nicht doppelten Brand oder sowas, sondern das überschreibt sich dann und dann haben wir vielleicht, wir werfen das fünfmal zurück, aber nur vier brennen. Drei. Ja, weil die doppelt getroffen worden sind. Ja, das kann natürlich sein, aber es ist ja in Ordnung. Ja, Hauptsache wir sind's los und der Gegner hat's. Alle aktiven, negativen Statusänderungen aller Gegner können für die verbleibenden Züge der Statusänderung nicht entfernt werden. So, das heißt, rein theoretisch, mh, das wir, oder nicht nur theoretisch, sondern das heißt, dass wir im Endeffekt dann, ähm, wenn jetzt der Brand fünf Runden geht und nach zwei Runden, also wir haben noch drei Runden Rest, löst sie aus, dann werfen wir das zurück, es dauert drei Runden, dann noch bei, bei, bei den eigenen Leuten, die es verursacht haben, ne, beim Gegner dann und das kann nicht gecleant werden. Also Helden wie Ariel, wie, äh, Milena und alle anderen, die reinigen, können das nicht reinigen. Das wird also bis zum Ende durchgezogen. Das ist natürlich schon stark, ne, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, obwohl doch von der Skorpionentante, das kann nicht, aber das müsste zurückgehen, zurückgeworfen werden durch McGeery. Theoretisch. Oder? Ich weiß jetzt nicht, äh, den, den genauen, äh, Wortlaut auf der Karte von der Skorpionentante, weil ich sie halt nicht habe. Ähm, aber das, das wäre jetzt so eine Überlegung, wo man dann sagen könnte, okay, vielleicht kann man das zurückwerfen und dann, ähm, brennt, dann giften die da rum. Na gut, das Gift könntest du jetzt sowieso nicht clean, vielleicht ein blödes Beispiel, ne, aber, ähm, so würde es dann theoretisch laufen. Und alle Helden erhalten plus 60% Verteidigung für vier Züge, das ist natürlich auch ganz nett, also eigentlich, ähm, ein top aktueller Supporter, den, ich leveln würde, wenn ich ihn hätte, ja. Weil, wenn dann noch die 5-Sterne-Truppe da drauf kommt, mit Verteidigung verstärkt und dann hier halt noch zusätzlich halt diese Verteidigung dann, wenn sie auslöst, ist es ganz schwer wegzukriegen. Ganz schwer. Also, ähm, da kann man davon ausgehen, dass sie mindestens einmal auslösen wird und wenn du sie dann halt runtergekriegt hast und sie halt wieder um 60%, dann sind alle im Endeffekt wieder am Start und sie natürlich dann auch inklusive und dann fängst du wieder von vorn an. auf jeden Fall, ja, ist gut. Guter Held. Gucken wir mal, Daroga. Mr. Daroga. Ja, die Passive brauchen wir uns jetzt nicht mehr angucken. Na, er kann ausweichen, das ist relativ nervig tatsächlich. Ähm, er hat jetzt ein bisschen mehr Angriff als 1300, sie hat jetzt 1200, wenn man es jetzt mal abrundt, also er hat ungefähr 100 Angriffe mehr und ein bisschen mehr äh, Defensive, dafür hat er deutlich weniger Leben im Vergleich zu ihr, ne? Ähm, gucken wir mal, was er macht. Echos, der Opa, er ist schnell, das ist erstmal gut oder halt auch schlecht, wenn du gegen ihn spielst, fügt dem Ziel 485% Schaden zu. Okay, bei 1343 Angriff, natürlich müssen wir immer bedenken, ne? Doppelter Limit Break, ne? Also maximale Werte, ist 485% schon sehr viel. Das tut auf jeden Fall, äh, sehr weh und dann geht's ja noch weiter. Das Ziel erleidet 1569 Blutungsschaden über drei Züge. Das heißt, das sind 533, korrekt? Ne, gar nicht mal, 523. 523. Das ist natürlich, nochmal überlegst, ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn kein, keine Überheilung im Spiel war, ja, dann überlebt das Ziel das nicht, wenn das nicht gekleant wird, weil 485% Schaden abzukriegen, ist eine Sache, aber dann, ich sag mal, um zu überleben, noch, dann noch, weil da kommt ja auch noch das von der, von der Truppe noch zu, dieser Blutungsschaden sollte sich noch ein bisschen nach oben verändern, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, nach 485% Schaden, die man gekriegt hat, dann noch, ich sag mal, 1700 Leben übrig zu haben, ey, das ist dann wirklich, äh, für Leute, die halt Überleben vorher hatten und, äh, das heißt im Endeffekt, er kann, rein theoretisch, ein Killer sein, für, Helden, die in Überheilung sind, also er kann die dann rein theoretisch mit einmal Special, äh, entweder killen, oder halt so sehr schwächen, dass, aber den Rest vielleicht mit Steinen machen kannst, oder mit einem, der auf alle geht, aber auf alle nur so, 300, 400 Schaden macht, oder sowas, ja, also das, der nimmt ein, komplett, nicht komplett raus, ja doch schon komplett raus, nach drei Zügen, eigentlich schon, außer es wird halt, ähm, gekleant in der Zeit, ne, dann, äh, ist das natürlich dann weg, aber, wenn du nicht cleanen kannst, müsste derjenige, der getroffen ist, äh, oder getroffen worden ist, weg sein. Stapel, alle Verbündeten erhalten, plus 25% Angriff, das ist ein Stapel, das heißt, es ist permanent, die 25% Angriff, was wiederum auch krass ist, das ist ein permanenter Attack Up, ähm, der sich natürlich dann auch auf alles auswirkt, auf die Steine, auf die Specials, auf alles. Das ist schon, schon extrem stark, ja, der ist auch, der ist auch ziemlich gut, das kann ich auch schon mal so, so weitergeben, ohne ihn gesehen zu haben, wie viel Schaden jetzt die 485% sind, und so weiter, ne, ähm, das, das, was er tut, das ist, das ist stark, und jetzt überleg einfach mal, er löst zweimal aus, und dann haben alle schon plus 50% Angriff, plus 50%, das ist halt schon, schon hart, ja, ähm, deswegen auch hier, wer ihn hat, auch leveln, ja, auf jeden, äh, definitiv nicht in den, äh, Soul Exchange packen, der, ich glaube, morgen, oder morgen, oder am Sonntag, definitiv nicht da rein packen, aufheben, leveln, und, äh, so lange, so schnell, und so lange wie möglich spielen, aber bis wieder die nächsten krassen Helden kommen, so, und dann haben wir noch hier unsere lila Tante, Schurkin, okay, das ist gut, hier haben wir jetzt was anderes, ach, guck mal, hier ist der Bindestrich nicht, ah, das gibt mir einen Minuspunkt, Verteidigungsverschlechte, ne, genau, das ist das, ne, Verteidigungsverschlechte, Rungen widerstehen, was ist denn Rungen, wenn ich jetzt hier einen Bindestrich hätte, dann wüsste ich ja, was Sache ist, haben wir sie nicht überall gemacht, ich bin enttäuscht, ja, jedenfalls hier, wir hatten es vorher mit dem Attack, ähm, Attackdown, dass das, äh, nicht wirkt, und hier haben wir jetzt halt ein, ein Defensedown, äh, funktioniert halt hier auch nicht, oder ein elementarer Defensedown, der klappt auch nicht, Verteidigung verstärkt, auch schon wieder, okay, von mir aus, Werte, ja, ist identisch, verschiebt sich so ein bisschen, die, die Werte von hier nach da, ne, je nachdem, was du für einen Helden da hast, Tanz des schwarzen Schawans, schnelles Mana, okay, okay, verstärkt das Leben aller Verbündeten, um 475, das ist, bei schnellem Mana ist das schon ordentlich, aber er macht ja nicht nur das, jetzt geht es ja erstmal richtig los, wirkt Tanz des schwarzen Schwan, für alle Verbündeten, außer den Wirker, für vier Runden, und das kennen wir, Siegfried tanzt, Siegfried bringt alle zum Tanzen, tanzt aber selber nicht, ähm, bei Odette das gleiche, ne, das, das ist erstmal nichts Neues, so, sie tanzen für vier Züge, alle bestehenden Statuseffekte werden entfernt, wenn dieser Effekt hinzukommt, ja, also, wenn du vorher irgendwo einen Spott hattest, oder eine Tag gehabt, oder eine Tag Down, nein, ist ja kein, ja doch, ist auch ein Bonuseffekt, ein Statuseffekt, nur halt ein negativer, aber alles, egal ob negativ, ob positiv, alles weg, ja, und dann wird getanzt, kennt man auch von der Gazelle zum Beispiel, ne, so, am Ende jedes Zuges verursacht jeder Tänzer, 155% Schaden an einem zufälligen Gegner, und verstärkt das eigene Leben, um 25% des verursachten Gesamtschadens, okay, ja, das, das kennen wir von, ähm, von Odette, ja, die macht das auch, da ist es dann der, der weiße Schwan, aber es ist der weiße, ich bin mir nicht sicher, äh, und hat halt auch so, muss man sich so ein bisschen vorstellen, halt auch wie Dunkelfeder, so, ne, ähm, nur hier ist es halt so, es gibt Schaden, und dementsprechend, je höher der Schaden, ist, desto mehr wird dann derjenige, der diesen Hit gemacht hat, also es können ja im Endeffekt, äh, vier, also wenn jetzt alle, alle fünf Helden da sind, tanzen vier Helden, und, ähm, nach jedem Zug lösen die halt aus, und, machen dann 155% Schaden, je nachdem, was sie für einen Angriffswert haben, auf welchen Gegner die gehen, was der für einen Defensivwert hat, und so weiter, und so fort, ne, ähm, machen die halt entweder mehr Schaden, oder weniger Schaden, und, ähm, heilen sich dann, um 25%, also um ein Viertel von dem Schaden, den sie gemacht haben, ja, machen sie jetzt 200 Schaden, hast halt 50, die du selber kriegst, als verstärktes Leben, also, es geht rüber, das ist natürlich auch eine gute Sache, das heißt, sie verstärkt hier oben schon mal, da geht's rüber, das verstärkt auch, geht also auch rüber, ist nix verschwendet in dem Fall, ne, gewährt Immunität gegen neue Statuseffekte, ja, das ist natürlich, ähm, ist klar, ne, wenn getanzt wird, dann wird erst alles entfernt, und es kann während des Tanzes nichts draufgelegt werden, also, sowohl, was eintudelt, als negative Effekte, als auch, was man auslöst an Specials, und es würden positive Effekte kommen, sprich, ich, äh, löse meinen Spotter Ludwig aus, ähm, dann wird er kein Spott setzen, und auch kein Mana an Benachbarte geben, weil die halt alle tanzen, ne, außer er steht neben ihr, dann würde sie das kriegen, weil sie tanzt ja nicht, neue Status, äh, Tanzstatuseffekte ersetzen diesen Effekt, ja, das ist dann, äh, das ist das Einzige, was die überschreiben kann, das heißt, wenn wir jetzt Odile aus, äh, ich spreche sie jetzt einfach mal so aus, ne, wenn sie, wenn sie auslöst, und, ähm, wir lösen danach, äh, das Phantom aus, dann, äh, wird dieser Tanz überschrieben, und die tanzen dann jetzt nicht mehr nach dem schwarzen Schwan, sondern nach der Ballade der Besessenheit, also, das ist das Einzige, was das überschreiben kann, dieser Effekt kann nicht gebannt werden, der Effekt wird entfernt, wenn der Vika, wenn der Vika, wenn der, wenn der Vika besiegt wird, ähm, ja, oder er wird halt entfernt, wenn die Runden abgelaufen sind, ne, also eins von beiden, entweder der Vika, äh, wird, äh, getötet, oder die vier Runden, vier Runden, ne, äh, ja, vier Runden sind vorbei, eins von beiden, ähm, liest sich erstmal ziemlich gut, tatsächlich, muss ich sagen, weil, ähm, dieses, dieses Tanzen ist, ist nervig, dieser Schaden nach jeder Runde, das ist eigentlich ein Superheld, den man, wie, wie auch Dunkelfeder, also ich möchte mal einen kurzen Tipp geben, ähm, viele Leute spielen im Moment, ähm, so diese ganzen, ähm, Defensiven mit Hathor, mit Nautica, mit, äh, Skorpionentante und so weiter und so fort, spielen die meisten, gut, Skorpionentante noch eine Sache, ne, aber so gegen diese, diese extrem heilungs, äh, versierten Defensiven, spielen die meisten mit, äh, Helden wie Dunkelfeder, äh, äh, weil dann halt, und schnellen Helden, damit halt dann Dunkelfeder's Hit, möglichst oft kommt, und der zieht halt dann extrem viel Leben ab, ne, das ist so, das was ich beobachte, meistens Dunkelfeder und Ludwig, um Ludwig dann anzukriegen, damit halt die Benachbarten dann immer feuern, und, äh, je schneller, oder je häufiger die halt feuern, desto mehr macht das dann eine Dunkelfeder halt auch, und dann kann man massiven Damage machen, ne, also, das ist so eine Kombination, ähm, die ganz gut, so wie ich das sehe, funktioniert, und so stelle ich mir das hier halt auch ein bisschen vor, ne, dass man dann halt, ähm, Schaden macht, und dementsprechend halt dann auch noch ein bisschen, ein bisschen Heilung dazu kriegt, das ist ja ganz in Ordnung, muss man dann halt nur gucken, ähm, dass man halt, wenn möglich, alle Züge, ähm, hintereinander kriegt, alle vier, und dass sie halt nicht stirbt, währenddessen, wenn es sonst weiter nichts ist, ne, ja, ähm, also, im Endeffekt, alle drei, die neu da sind, sind, gut, gefallen mir, ähm, von den alten, die da sind, gefallen mir auch welche, also, ist es eigentlich ein Portal, wo man sagen kann, ja, da könnte man mal beschwören, und das werden wir jetzt tun, wir haben 19 Beschwörungen, die machen wir, und dann schauen wir mal, also wie gesagt, von den Fünfern habe ich bisher nur Christine, das heißt, alles andere, was kommt, ist gut, dann, würde ich sagen, legen wir los, okay, wir starten mit Graumähne, äh, den brauchst du halt auch, das, Priska brauche ich, ich will Priska Thun leveln, okay, Schwanenmaid, ja, schön, haben wir schon, ist aber, ist aber gut, also, Schwanenmaid auch nicht so unterschätzen, die ist ganz nett, okay, wir haben jetzt, drei blaue, kriegst du, dann gib mir Odette, wenn du mir nur blau geben willst, gib mir Odette, oder Furman Richard, ja, dann machen wir erstmal nochmal, eine Schwanenmaid, hast du auch erreicht, ich sag mal ehrlich, ich sag mal ehrlich, wenn ich, ähm, eine zweite Christine kriege, ne, das wäre nicht schlecht, aber ich würde ein Tränchen vielleicht verdrücken, weil, das muss ja dann auch nicht sein, ne, also, ich würde ihn gerne haben, in grün, in grün würde ich schon, daroga, gib mal grün, nein, nicht lila, kein lila, gib mal grün, gönn mal, also ich werde jetzt hier auch nicht, ähm, sonderlich viel, äh, an, an Juwelen rausballern, oder sowas, ne, ich hab zu leveln, wir, wir gucken halt einfach, was kommt, und, ähm, ich, ich hab sowieso im Moment, äh, gravierende ETA-Probleme, äh, deswegen, so mit Limit Break 2, und generell Limit Break 1, sieht im Moment gar nicht mal so gut aus, tatsächlich, deswegen, muss man da ein bisschen, beschmeidiger an die ganze Sache gehen, aber es bringt nichts, wenn ich die ganzen Helden habe, tun wir jetzt mal so, ich würde sie jetzt alle kriegen, oder so lange beschwören, bis ich sie hätte, äh, ich, ich müsste dann erst mal einiges an Geld in die Hand nehmen, um überhaupt die Materialien zu, kaufen, damit die dann überhaupt kriegstüchtig sind, und das macht halt wenig Sinn, und das ist natürlich schick, habe ich Fernrohre, äh, Fernrohre, ja, Fernrohre brauche ich bestimmt nicht, ich bin noch im, im blauen Wahn, nein, müssen wir gleich mal gucken, das ist natürlich schick, das finde ich gut, die gute Frau, die würde ich auch, direkt leveln eigentlich, ja, aber warum nicht, möchtest du auch noch kommen, da Roga, komm schon, ah, schade, habe aber richtig, so, letzte, so eine Punktlandung, dann kommen wir genau bei Null raus, ja, du bist der falsche Knabe, okay, gut, gut, sie ist es geworden, tatsächlich, sehr schön, hier werde ich auch Doppelt Limit Breaken, oh ja, oh ja, ich habe im Moment noch einen anderen Helden, den ich Doppelt Limit Breaken will, oh, warte mal, die machen wir mal eben, Narcissa brauche ich nicht, die kommen im Soul Exchange, im schlimmsten Fall hole ich mir die da, das wurde übrigens geändert, Narcissa ist jetzt nicht für 15, sondern für 20 Helden, die wurde getauscht mit Dr. Moreau, okay, super, ja, Hangir, danke, hätte es auch eine Priska geben können, eins der schlechtesten Portale, die Auswahlbeschwörung, gefällt mir gar nicht, so, wir wollen eigentlich mal eben gucken, wie sieht es, warte mal, hier ist es auch irgendwo, Fernrohre im Angebot, oder, wir können erst mal eben gucken, Eta, Eta sieht gut aus, ja, das sieht gut aus, Fernrohre, Inventarios, Fernrohre, warum Fernrohre, Mann, Wappenröcke, ja, Wappenröcke sieht gut aus, okay, die geht direkt hoch, die gute Frau, kommt direkt ins Levelteam, hier, guck mal, ich habe einen fertig gelevelt, wollen wir mal gucken, machen wir ein wissenswertes Video, ähm, ah, ja, das haben wir gemacht, weil sonst ist hier alles, alles durch, ne, ne, hier ist noch was, ah, hier sind noch zwei Sachen, oh, feindlichen Schurkenmusik, okay, gut, yo, ähm, ich, ich, ich mache auch Cupdropping im Moment, ne, ähm, ist ganz schön, ich hatte ganz am Anfang, äh, drei ungelevelte Panther hier noch drin, ja, es haben tatsächlich Leute gegen die Monopanther Defensive verloren, und es verlieren auch hier Leute gegen, ja, also das will ich nur mal sagen, ich mache zwar immer Minus, das ist auch gut so, soll ja auch so sein, aber, gewinne auch, also Telluria, ist on fire, aber oft verlieren Leute mit Mono Rot, das finde ich, finde ich ganz amüsant, okay, gut, yo, ähm, ja, sehr schön, würde ich sagen, und, ähm, wir sehen uns dann im nächsten Video, also, hasta la vista, euch viel Glück beim Beschwören, und, ähm, ich will da mal reinschreiben, ob ihr beschwört, beschworen habt, äh, was ihr gekriegt habt, ob da ein cooler bei war, oder, ob ihr sagt, nö, mein ich, weil, hält XY, Portal XY, interessiert mich mehr, darauf spare ich, das, äh, kann ja alles, sein, gut, dann, macht's gut, und wir sehen uns, ciao, ciao,